Musik Ja, Herr Dr. B*** Bernhard, Auktionshaus Gerd Müller in Ettlingen, ich grüße Sie recht herzlich. Herr Dr. B***, Sie hatten es unkontaktiert, wegen der Briefmarkensammlung oder dem Nachlass. Und jetzt wollte ich einfach mal mit Ihnen darüber reden, kurze Auskünfte einholen über die ganze Sache. Viermal im Jahr bereisen Carsten Bernhard und Holger Tull ganz Deutschland. Ziel ist es, an möglichst viele hochwertige Sammlungen und Nachlässe von Briefmarken und Münzen zu kommen. Die Kunden vertrauen den Profis und schätzen deren großes Wissen und den fairen und seriösen Umgang. Das Auktionshaus Müller steht seit über 60 Jahren für eine korrekte Abwicklung der Anlieferung. Und zwar von der Übergabe bis zur Auszahlung. Es ist natürlich unerlässlich für eine Einlieferung, dass wir die Sachen auch im Original besichtigen können. Dazu kann ich vorschlagen, wir begeben uns immer auf die Rundreise durch Deutschland, um dann die Sammlungen anzuschauen, um den Kunden zu beraten. Wir bewerben Einlieferungen spezifisch weltweit und präsentieren die Briefmarken oft in Sonderkatalogen, die weltweit an über 10.000 Kunden verschickt werden. Ab dem ersten Kontakt ist für unser Haus wichtig, dass der versierte Sammler, der sein Lebenswerk bei uns einliefern möchte, gut beraten wird. Aber nicht nur der qualifizierte Sammler kommt zu uns. Ganz oft kommen auch Erben mit kleineren und größeren Nachlässen, die weniger Sachkenntnis von der Materie besitzen. Und auch diese wollen von uns vertrauensvoll, glaubwürdig und kompetent beraten werden. Die Flucht in Sachwerte ist in vielen Bereichen spürbar. Kunstauktionen erzielen derzeit reihenweise Rekordpreise und auch Münzen sind gefragter als je zuvor. Das lockt auch Kapitalanleger und schlägt sich somit in den enormen Ergebnissen des Auktionshauses nieder. Auf Wunsch bieten wir hohe Barvorschüsse oder die Möglichkeit eines sofortigen Barankaufs an. Erzählen auch Sie internationale Höchstpreise. Setzen Sie sich dazu noch heute mit uns in Verbindung. Wir freuen uns auf Sie! Untertitelung des ZDF für funk, 2017